Die Indian Challenger RR ist ein exklusives Motorrad, das von Indian Motorcycle Racing und SNS Cycles entwickelt wurde. Nur 29 dieser speziell angefertigten Becker-Maschinen werden verfügbar sein und sind eine Hommage an den aktuellen King of the Beggars, Tyler O'Hara. Die Indian Challenger RR wurde nach den Rennsport-Spezifikationen für die 2022er Saison gebaut. Fans und Sammler können nun erstmals ein eigens für Rennen gebautes Becker-Motorrad erwerben. Es ist handgefertigt und mit dem gleichen Setup abgestimmt, mit dem O'Hara den Titel gewonnen hat. Damit bietet Indian Motorcycle und SNS Cycles Fans und Sammlern die Möglichkeit, ein Stück Geschichte zu besitzen. Ein echtes Racebike ohne Straßenzulassung Gary Gray, Vizepräsident für Rennsport, Technologie und Service bei Indian Motorcycle, betont, dass die Challenger RR, ein echtes Rennmotorrad ohne Straßenzulassung ist, ähnlich wie die legendäre FTR 750. In den richtigen Händen wird sie in der Moto-America's Mission King of the Beggars Rennserie ein Podium erreichen. Die technischen Spezifikationen der Indian Challenger Race Replica sind beeindruckend. Die Maschine bietet unter anderem eine S&S 2 in 1 Racing Auspuffanlage, 17 Zoll Rennsportfelgen, Dunlop Rennreifen, S&S verstellbare Gabelbrücken aus Billet, eine Öhlins FGR 250er Gabel, TTX Öhlins Stoßdämpfer, Seitenkoffer aus Carbon, Heckfender aus GFK, einen Saddleman Rennsitz, der erhöht wurde, einen Aero Scheinwerfereinsatz, ein Aero Windschild, einen S&S Buchspoiler, eine S&S zurückverlegte Fußrastenanlage, S&S Nockenwellen, ein 112 CID BigBoard Zylinderkopf Kolbenkit, ein S&S Lufteinlasssystem mit 78mm Drosselklappen, CNC geportete Zylinderköpfe, S&S einstellbare Kipphebel aus Billet, einen Haze Bremssattel hinten mit EBC Scheiben und SBS Belegen, Brembo M4 Bremssattel vorn, 330mm Scheiben, SBS Belege, einen SBS automatischen Kettenspanner, einen MAX voll einstellbaren ECM, ein AIM DL2 Datalocker, ein Quickshift Kit, einen S&S Kupplungsdeckel aus Billet, einen S&S modifizierte Schwinge. Rennsport in der DNA von Indian Motorcycle Rennen zu fahren und zu gewinnen ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil der DNA von Indian Motorcycle. Von Oscar Headstorms Dominanz bei Langstreckenrennen um die Jahrhundertwende über O.C. Godfrey, der 1911 auf der berühmten Isle of Man gewann, bis hin zu den sechs aufeinanderfolgenden American Flat Track Meisterschaften der modernen Wrecking Crew von 2017 bis 2022 und jetzt auch den beiden King of the Baggers Meisterschaften der Marke in den Jahren 2020 und 2022 hat Indian Motorcycle eine beeindruckende Rennsportgeschichte aufgebaut. Fazit Indian Motorcycle Racing und S&S Cycles haben mit der Indian Challenger Doppel R eine weitere Geschichte in der Welt des Rennsports geschrieben. Nur 29 glückliche Menschen werden die Chance haben, eines dieser limitierten Motorräder zu besitzen. Die Indian Challenger Doppel R ist eine Hommage an den amtierenden King of the Baggers Champion Tyler O'Hara und bietet Rennfahrern und Sammlern die Gelegenheit ein einzigartiges Stück Geschichte zu besitzen. Was haltet ihr von diesem Motorrad? Preislich liegt das Ding ungefähr bei gute 90.000 Dollar, angeblich zumindest. Offiziell habe ich bis jetzt von Indian noch nichts gehört. Zu diesem Preis könnt ihr es euch vorstellen? Fändet ihr das ist eine geile Rennsportmaschine oder doch eher ein hässliches Endlein? Was meint ihr dazu? Mich würde es interessieren. Danke fürs Schauen. Deswegen alle, die dieses Video vielleicht gucken, unterstützt Motorrad Nachrichten.